Ja, wer bist du denn? Das ist Richard. Du kennst diesen komischen Vogel? Ein kleiner Vogel? Wir müssen aufbrechen, bevor der Winter einsetzt. Mit großen Träumen. Morgen geht's nach Afrika! Da gibt es nur ein winziges Problem. Du bist ein kleiner Spatz? Jetzt wäre ich fast auf dich reingefallen, Papa. Wartet! Ihr habt mich vergessen! Ich bin Olga. Und das ist mein bester Freund. Oleg. Verstehe. Bin ich in Afrika? Den zeige ich mir, was schneller heißt. Eine Spatz will über das Meer fliegen. Bis nach Afrika. Afrika? Das ist verrückt. Das ist lebensmüde. Fantastico! Das wird lustig! Unter Freunden? Kiki La Spree! Was ist los mit dir? Ich hab Höhenangst. Hilfe! Kommt es nicht darauf ran, was du bist. Na Gott, ich kann dich an mich anlehnen. Sondern zu was du im Stände bist. Du scheinst sie wirklich sehr zu lieben, deine Störche. Ja, dann zeigen wir ihnen doch zu was du fähig bist. Achtung! Ich fahre! Oh, Trüben! L-O-L! Eins könnte mir glauben. Das kommt in meine Memoire. Überflieger. Fliegender Fisch! Achtung! Hock ihn! Demnächst im Kino.